Es war Nacht. Draußen vor der Stadt wachten Hörten bei ihren Schafen. Ganz dunkel war es um sie her. Aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es hell. Taghell. Ein Licht leuchtet auf. Noch heller als die Sonne. Und in dem Licht erschien ein Engel vor ihnen. Die Hörten wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie waren geblendet von dem Licht und zitterten vor Angst. Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen zuteil werden soll. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das ist das Zeichen, an dem ihr den Retter erkennt. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und das ist ein Kind für ein Kind. Und das ist ein Kind für das Zeichen. Und das wird euch nicht geben. Und das ist das Veranstaltung. Und das ist das Ertliche. Und das ist das Ertliche. Und das ist das Ertliche. Untertitelung des ZDF, 2020